Ja, wir sind jetzt der fünften Küchenkarte hier im Kurländer nochmals. Das letzte Mal jetzt im Kurländer, danach ist es wieder ein Taschenberg. Wir haben heute 300 Gäste circa und alle essen und trinken zu einem guten Zweck. Ich hoffe, es kommen viele Spenden zusammen und wir können unsere Kinderprojekte so unterstützen, wie wir es euch vorstellen. Stimmung ist gut, viel Spaß! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir sind aktuell bei 7.40.000, aktuell, ja genau. Das ist ein bisschen, was fehlt noch, die Klöpfe noch ein bisschen. Mit der Luft nach oben.